Leute, man kann in Amsterdam nicht nur in diesen Kaffeeläden Kräuter rauchen, sondern überall. Jetzt rauche ich gerade neben einer Mülltonne und es ist völlig okay. Jetzt rauche ich gerade hier mitten im Verkehr, überall ist was los und es ist völlig okay. Ich rauche gerade während ich Bällchen kaufe. Und ich weiß noch nicht, ob es okay ist. Hi, can I get two Bällchen? It's two euros, okay. Thank you. Es scheint okay gewesen zu sein.